Guten Morgen zusammen, auch diese Woche Gemüskristen News Nach den Pinksten, letzten Feiertag vom 1. August Zum Wissen Mit Schnitzsalat Salanova Grünspitz Salanova Rot Rund Alle mit frischem Knobli Die ganze Länge brauchen Bestes für Knobli Brot Alle mit Penkel Auch hier das Kraut, eine wunderbare Zark brauche Nochmals Spitzkabisse für Salat oder schnell in die Pfanne zum dünsten Alle haben Stangenselwee Das ist ein kleiner Stangenselwee Dadurch, dass es so nass und grusig war, stellt er ab Der wird nicht grösser, darum kommt er jetzt in die Kiste Je nach Grösse, ein bisschen mehr oder weniger Alle haben Mehlkochen, die Herren Äpfel Röste oder Stock Wunderbar, geht aber auch als Geschwellte In einer Kiste hat noch Röbeli Äpfel Und Noch nicht getan, aber diese Woche in dieser Kiste Erbeere Für alle, die Früchte haben Schöner Tag, gute Woche Wir machen es gut, wir leben gesund Genauso 0 0 0 0 0 0 0